Herzlich Willkommen zu dem neuen Video. Ja, ich stelle das bei den Simplhub Teleporter 2 vor. Der Simplhub Teleporter ist einfach nur, wie der Name schon sagt, jemand zu einem Hauptpunkt, aber es kann eigentlich noch mehr. Und sie bemühen, sie sind ein bisschen versteckt, sie müssen ein bisschen runterscrollen. Und hier sind sie so ganz klein aufgelistet. Und darum, dazu komme ich jetzt am Ende. Der Download-Button ist einfach hier. Klickt auf Download. Und dann nochmal auf Download und dann könnt ihr es downloaden. Und tut es bei euch einfach hier in den Server rein, zum Plugins reinziehen, macht einen Start. Startet den Server rein oder den Reload. Ich empfehle immer einen Neustart, weil der sonst nicht so liegt. Also, das ist einfach nur besser. Egal, wenn ihr jetzt in-game seid, mache ich mal kurz ein klein Bild. Wenn ihr nicht mal ein großes Bild, auch wenn es jetzt länger wird. Wenn ihr jetzt in-game seid und das Plugin drauf ist, könnt ihr einfach auch PL angeben. Und da steht er schon. Und da steht er schon. Wo steht es simpel habt, die Report hat zwei Minutes. Admin Rechte habt, könnt ihr einfach Setup eingeben. Und da steht jetzt der Hauptpunkt, oder der Setup eingeben. Und da kommt man da hin und hört zu einem komischen Rage Sound. Und das mache ich noch kurz leise bei mir. Ups. Ich habe mir was runtergefallen. Egal. Ähm, ja, die Spieler können auch ohne Permission einfach gleich ab eingeben. Und wenn man jetzt LPP, LPP eingibt, ist es einfach für die Spieler, die, ja, ist das. Und für die Spieler einfach die ganzen Kommandos, die können es der Tau machen. Und wenn man jetzt Top 5 TP eingibt, weiß ich es, steht einfach nur hier die Top 5 Spieler. Ich weiß aber nicht, von was das die Top 5 Spieler sind. Hier steht immer nur für die Wand, weil ich der einzigste Spieler hier drauf bin. Ja, ähm, wenn man jetzt, muss ich kurz nachgucken, da machen wir einfach so, zack, 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 zack. Als man mit der Hilfe eingibt, steht der Setup, Reload Hub, List Hub, Hub, kann jeder machen und Set Home. Und ja, konzentrieren uns einfach nur auf diese ganzen Sachen hier. Wenn man jetzt Setup reingibt, macht man eben den Hub, wie schon gesagt. Reload Hub, wie braucht man das Plugin. Und wenn man List Hub eingibt, steht einfach nur, es sind eins von zwanzig Spielern online. Also einer von zwanzig Spielen sind hier auf dem Server. Ähm, und ja, einfach, wird mir was geschrieben. Ich reine jetzt nicht zurück und eben hab, so. und wenn es gibt es hier nichts mehr zu sagen außer dass und jener Konflikt noch einstellen können muss und ja ich muss nicht auf die Internetseite so wie immer ich immer machen es geht zum Testsauber Plugins hier sind wir habt ihr Vorteil gibt eine Konflikt mehr und da gehen wir mal rein gesteht das war es mal kann ihn tun ist um verändern und so weiter hier gibt es nicht anderes zack 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 nichts anderes der Download Link ist in der Videobeschreibung ich werde vielleicht einen anderen Download Link hinschreiben bei dieser Seite auch geil ein bisschen buggy ist ich tu den rein und vielleicht noch einen anderen aber ich glaube ja der hier kommt rein natürlich egal natürlich wollte ich schon sagen natürlich braucht ihr wieder für ein Server dieses Plugin ist nur für die 1.8 soweit ich weiß ihr könnt auch einfach weiter gucken also der neuste Download ist für die 1.8 dieser Server ist auch für die 1.8 und das war's für die Videobeileitung bis zum nächsten Mal also das war's für die 2.8 soweit ich habe ja auch für die 1.8 soweit ich habe ja auch für die 1.8 soweit ich habe ja auch für die 2.8 soweit ich habe ja auch für die 1.8 soweit ich habe ja auch für die 1.8 soweit ich habe ja auch für die 2.8 soweit ich habe ja auch für die 1.8 soweit ich habe ja auch für die 2.8 soweit ich habe ja auch für die 3.8 soweit ich habe ja auch für die 1.8 soweit ich habe ja auch für die 2.8 soweit ich habe ja auch für die 2.8 soweit ich habe ja auch für die 1.8 soweit ich habe ja auch für die 2.8 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 soweit ich habe ja auch für